Ich sag euch, alles muss man selber machen lassen, do it yourself, it's all. Selber machen lassen, herzlich willkommen zur Session. Ich kann mir, glaube ich, kaum einen treffenderen Titel für diese Session vorstellen, der Jan hat eine Menge vorbereitet, inklusive Live-Demo und er wird uns einiges darüber erzählen, wie man die ONTAP REST API dazu benutzen kann, in CI-Umgebungen nutzbringend einzusetzen. Und Jan, wenn du nochmal einen Slide weitergehst, dann sehen wir nochmal ein Bild von dir, von mir. Ich bin der Session-Host heute für diese Session, werde ein bisschen den Chat im Blick behalten, Fragen beantworten, beziehungsweise wenn ich sie nicht beantworten kann, was sicherlich bei der einen oder anderen Frage vorkommen könnte, haben wir im Anschluss noch ein paar Minuten Zeit für eine QR, wo dann der Jan zur Verfügung steht, diese Fragen dann auch noch zu beantworten. Und wenn da noch Fragen unbeantwortet bleiben, lassen wir die natürlich auch nicht unter den Tisch fallen, sondern kommen dann individuell auf sie zu und beantworten jede Frage. Und damit würde ich sagen, Jan, ich übergebe an dich, state it's yours, take it away. Gut, super, vielen Dank, Wolle. Ja, herzlich willkommen zur Session Selber machen lassen. Letzte Breakout-Session für das diesjährige Technologie-Forum. Nachher gibt es noch die Abschluss-Session. Mein Name ist Jan Burgle, ich bin Solutions Engineer in Stuttgart und betreue aus diesem Standort heraus zwei Kunden aus dem Automotive-Umfeld. Und ja, aus dem Bereich habe ich auch eine kleine Story heute mitgebracht, die ich gerne mal präsentieren möchte. Es ist tatsächlich nicht möglich gewesen, dass der Kunde selbst mit dabei ist. Deswegen habe ich versucht, es so gut wie es geht nachzubilden, um diese wirklich tolle und spannende Lösung einfach präsentieren zu können. Und ja, los geht's. Was ich die letzten 15 Monate so gemerkt habe, wo man ja doch die eine oder andere Präsentation am Bildschirm verfolgt hat, ist, dass man üblicherweise mit Zitaten von bestimmten Persönlichkeiten arbeitet, um so ein Thema einzuleiten. Und da habe ich mich entschieden für ein Zitat von dem, naja, vielleicht bekannten Künstler Icke von der Kapelle Icke und er. Der hat nämlich am Ende dieses Musikvideos, was der Session den Namen gegeben hat, selber machen lassen, gesagt, je weniger du selber machst, desto weniger machst du auch falsch. Denk mal drüber nach, Alter. Ich hoffe, wolle du als Wahlberliner, dir dreht es jetzt nicht im Magen um. Mein Berliner ist vielleicht nicht so stark, aber... Ich fühle mich total geehrt und mein Herz geht auf, wenn wir ein Berliner Zitat haben. Ja. Also vermutlich ist der Künstler Icke nicht davon ausgegangen, dass das, was er da gesagt hat, jemals in Verbindung mit DevOps und oder Automatisierung in Einklang versuchen zu bringen. Wahrscheinlich hat er was anderes gemacht, habe ich gesagt. Allerdings hatte ich doch den Eindruck, dass man das sehr gut verwenden kann, eben gerade um dieses Projekt gut zu beschreiben. Denn wenn wir über DevOps sprechen, reden wir doch darüber, dass ganz viele Sachen am besten automatisiert werden, damit eben keine Fehler passieren. Denn wir reden, oder ich will gar nicht über so Sachen wie Time-to-Market oder so reden, aber wir wissen alle, dass gerade in der Softwareentwicklung muss es sehr, sehr schnell gehen. Man muss eigentlich immer eine funktionierende Softwareversion seines Produkts haben. Dafür gibt es so Sachen wie Continuous Integration oder Continuous Deployment oder auch Continuous Development. Solche Sachen gibt es. Und da ist es einfach unerlässlich, dass man gewisse Automatisierungskonzepte sich einfangen lässt. Denn man kann mit dieser Geschwindigkeit, die man eigentlich benötigt, man wird es nicht schaffen, das einfach manuell herzustellen. Ja, und das soll eigentlich die Einleitung sein für das Projekt oder für die Plattform, die ich heute gerne vorstellen möchte. Es geht um eine Plattform für Software Builds. Das heißt, wir haben ein ERS, Infrastructure as a Service, der eine Plattform für Entwickler bereitstellt, die auch innerhalb dieser Plattform virtuelle Maschinen starten können. Und diese virtuellen Maschinen sind speziell auf Kundenwünsche angepasst und dafür da die eigene Software zu testen und natürlich auch zu kompilieren. Wenn ich hier von Kunden spreche, tatsächlich ist das eine Plattform, über die ich spreche, die intern vermarktet wird, kundenintern, das heißt, es gibt kundeninterne Entwicklergruppen, die sich auf diesen Service einmieten können, um diese Plattform zu nutzen. Ein ganz wichtiger Punkt, das dabei ist, wir reden hier nicht von einer virtuellen Maschine pro Kunde, sondern wir reden von virtuellen Maschinen on demand, komplett automatisch und davon Tausende am Tag. Ein ganz wichtiger Punkt, auch wenn er nur ganz klein in Klammern unter IaaS steht. Normalerweise schaut man sich IaaS, oder man bekommt IaaS sehr häufig im Cloud-Kontext einfach mit. Wir reden hier tatsächlich über eine On-Premises-Lösung. Das heißt, hier ist tatsächlich noch echte Hardware im Spiel. Hier gibt es wirklich physische Server und natürlich auch NetApp Storage im Hintergrund. Aber das Ziel ist, dem Entwickler, der diese Plattform nutzt, ein Cloud-like Experience zu geben. Das heißt, er möchte einfach nur die Plattform nutzen, ohne sich darum kümmern zu müssen, wie sieht denn das Ganze aus, wie muss ich es benutzen, das soll alles straightforward sein. Schauen wir uns einfach mal an, wie so ein Workflow von einem Kunden dieser Plattform aussehen kann. Also zuallererst, wenn dieser Kunde angemeldet ist, bekommt er eine Windows 10 Virtual Machine zur Verfügung gestellt. Das ist auf KVM-Basis. Und dieser Virtual Machine kann er eigentlich treiben, was er will. Das heißt, er hat mehr oder weniger Administrator-Rechte und er, der Kunde, installiert in dieser KVM alles, was er für seinen Software-Bild braucht. Das ist natürlich ein bestimmter Compiler. Das kann ein Test-Framework sein. Das können irgendwelche Libraries sein. Das kann auch einfach weiterer Source-Code aus einem GitHub-Repository sein. Also alles das, was man braucht, um eine Software oder die spezielle Software zu bauen, kann individuell in diese KVM installiert werden. Und das ist dann das sogenannte Basis-Template. Wenn der Kunde dann überzeugt ist, hey, das ist jetzt das richtige Basis-Template, damit wollen wir arbeiten, damit wollen wir unsere Builds machen, dann drückt er wirklich einen Knopf und dann wird aus diesem Basis-Template mit Hilfe, und hier ist schon mal so ein kleiner Teaser, mit Hilfe vom ONTAP-File-Clone, einfach die virtuelle Festplatte, weil es ja in dem Sinne nur eine Datei ist, geklont und das wird dann ein neues Build-Template. Warum brauchen wir das Build-Template? Das Build-Template bekommt dann eine bestimmte Versionsnummer oder es wird in gewisser Maßen getaggt, sodass dann schlussendlich im Umkehrschluss die Entwickler sich im nächsten Schritt aussuchen können, welches Build-Template benutzt werden soll, um die neue Software zu kompilieren. Das ist mit diesen Tags ist vor allem auch deshalb wichtig, dass man zum Beispiel auch nochmal zurück in die Zeit springen kann, dass man vielleicht mit anderen Test-Frameworks arbeitet oder mit einem älteren Compiler, mit einem ganz anderen Compiler, da gibt es verschiedene Gründe für. Nachdem wir das Build-Template erstellt haben, kann man auch rein theoretisch weiter an dem Basis-Template arbeiten und da einfach vielleicht eine neue, ja, in dem Fall eine neue Software oder eine neue Compiler-Version installieren, sozusagen, um diverse Build-Templates einfach vorzubereiten. Von diesem Build-Template wird es dann on-demand weitere, ich habe es jetzt hier Build Minions genannt, oder Worker, werden tatsächlich für den eigentlichen Build-Prozess generiert. Wir sehen nachher, was das bedeutet on-demand. Wichtig hierbei ist zu beachten, wir reglementieren den Kunden generell nicht dabei, wie viele virtuelle Maschinen erstellt werden. Das heißt, wir sehen hier beispielsweise jetzt drei. Es ist allerdings so, dass der Kunde beliebig viele, auch hier wieder Cloud-like Ressourcen einfach benutzen kann. Der Kunde sollte sich nicht darum kümmern, ob noch genug Kapazität einfach da ist, um virtuelle Maschinen zu starten, sondern er soll sie einfach starten, wenn er sie braucht. Und das spiegelt auch so ein bisschen den Titel, dass der Session wieder selber machen lassen. Ich möchte generell die Kontrolle darüber haben, was automatisiert wird, aber dann möchte ich mich nicht mehr darum kümmern, was tatsächlich im Hintergrund abläuft. Gut, das alles ist natürlich auf einer sehr hohen Flughöhe jetzt dargestellt, ganz klar. Und man kann sich auch vorstellen, dass da sehr viel Entwicklungszeit drinsteckt, um so eine Plattform abzubilden. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass das natürlich auch auf Bestandstools zurückgegriffen wird, um solch ein Projekt zu realisieren. Das sowas ist prädestiniert für ein Continuous Integration System. Warum erwähne ich das jetzt explizit? Weil gerade mit der Abkürzung CI für Continuous Integration ist es immer sehr spannend, wenn man mit Entwicklern über CI spricht, wissen die eigentlich in der Regel, dass man Continuous Integration meint. Wenn man so aus dem NetApp-Kosmos kommt, ist das nicht ganz so klar, weil auch CI steht teilweise für Cloud Insights, für Call Merge Infrastructure, manchmal für Cloud Infrastructure und tatsächlich auch beim Kunden bei Corporate IT. Also wenn ich jetzt die nächsten 20, 25 Minuten über CI spreche, dann meine ich Continuous Integration. Und Continuous Integration Systeme, welches ich hier benutze, das wird Jenkins sein. Jenkins ist wohl das, ja, ich würde sagen, das populärste On-Premise Continuous Integration System. Das gibt schon, ich weiß jetzt gar nicht genau, aber mehr als 15 Jahre bestimmt, dass man Jenkins als Continuous Integration System hat. Das ist eine Open-Source-Software. extrem breites Ökosystem, sodass man da wirklich auf sehr, sehr viele Plugins zurückgreifen kann, die einem dabei helfen, so ein Setup aufzubauen, was man auch wirklich für seine Plattformen in dem Falle braucht. Gehen wir aber noch einen Schritt tiefer rein. Wie wird denn tatsächlich die Plattform von dem Kunden oder sogar von dem Endkunden, nämlich den Software-Developern, die Plattformen schlussendlich genutzt? Also, wie sieht so ein Arbeitsablauf eines Developers aus? Er sitzt natürlich vor seinem Laptop und heutzutage ist es sehr wahrscheinlich, dass er auch Zugriff auf ein Git-Repository hat, wo eben der komplette Source-Code gespeichert wird. Und wenn der Entwickler ein neues Feature implementiert hat, ist zufrieden damit, dann wird das committed und es wird auch gepusht in dieses Git-Repository. Das heißt, jedes neue Feature wird auch tatsächlich im Versions-Kontrollsystem gespeichert. Das mag GitHub sein, GitLab, BitBucket, gibt es ganz viele Möglichkeiten, was man da nutzen kann. Wir werden sehen, dass ich in dem Beispiel GitHub nutze. So, jetzt hat der Entwickler gesagt, hey, alles gut und super, läuft bei mir. Und genau das ist in der Regel auch das Problem oder warum man auch solche Continuous Integration-Systeme auch benutzt. Denn sehr häufig hört man, aber bei mir hat es funktioniert. Und das muss man natürlich sicherstellen, dass die ganze Software nicht nur auf dem Entwickler-Laptop läuft, sondern eben dann auch hoffentlich möglichst bald in der Produktion. Es ist natürlich alles vergleichsweise vereinfacht hier. Da gibt es durchaus noch mehr Prozesse, die man beachten muss. Aber so das Grundkonzept wird vielen Entwicklern oder auch, ich sag mal, DevOps auf vielen Kulturen schon bekannt sein. So, ich hab also gesagt, ein neues Feature wird in dieses GitRepository reingepusht und jetzt kommt das Jenkins ins Spiel, was ich eben schon mal erwähnt habe. Jenkins ist ein Tool für Automatisierung und gerade dann extrem stark, wenn es um wiederkehrende Aufgaben geht. Wiederkehrende Aufgaben bedeutet eigentlich genau das hier. Jenkins überwacht das GitRepository auf Pushes von den Entwicklern. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Entwickler irgendwas in das Repository reinsteckt, kriegt Jenkins das mit. Es gibt da zwei Möglichkeiten. Entweder fragt Jenkins ständig das GitRepository oder es geht umgekehrt. Das Repository informiert Jenkins. Im Prinzip ist das unerheblich, wie rum es funktioniert. Und wenn dem so ist, wenn er sieht, wenn Jenkins sieht, ah, da ist was passiert, dann wird eine sogenannte Job-Pipeline getriggert. Und die ist dann tatsächlich für den eigentlichen Task verantwortlich. Job-Pipeline, was ist denn das jetzt schon wieder? Schauen wir uns mal an, wie das in der Plattform aussieht. Eine Job-Pipeline wird in der Regel dafür genutzt, um eigentlich unabhängig voneinander agierende Prozesse miteinander zu verknüpfen. Das heißt, um solch eine Software einzubauen zu lassen, sind halt verschiedene Schritte notwendig. Also allererstes, ich muss den Code natürlich erstmal auschecken. Das heißt, ich muss ihn mir holen von dem GitRepository. Dann kann ich noch ein paar Kleinigkeiten machen. Das sollen die Punkte definieren. Aber in der Plattform ist es jetzt so, dass ich als nächsten Schritt ein KVM-Template klonen möchte. Das heißt, das, was wir eben gesehen haben, wir haben ja so ein Basis-Template und ein Build-Template und ich mache jetzt ein Klon von diesem Build-Template. Als nächstes starte ich diese KVM-Instanz, also von diesem Template starte ich eine virtuelle Maschine. Dort wird dann der Source-Code indiziert. Der Compiler wird angeschubst, dass der loslegen kann. Dann kann man noch über so Sachen nachdenken, wie natürlich automatisierte Tests. Gerade im Automotive-Umfeld sind auch statische Code-Analysen extrem wichtig. Das ist dann natürlich ein unabhängiger, wie soll ich sagen, das hängt von der Software ab, was ich dafür brauche, aber das kann ich alles in eine Job-Pipeline hineinbringen, um die Software so stabil wie möglich zu kriegen. Und wenn die Software dann fertig kompiliert wurde und das Artefakt oder die Binaries an ein bestimmtes weiteres Repository gespeichert worden sind, sodass man es von dort aus dann vielleicht auch deployen kann, dann wird die KVM-Instanz auch wieder destroyed. Sie wird gelöscht, sie wird gekillt, dass nichts mehr übrig bleibt. Das ist der komplette Gedanke dieser Job-Pipeline, dass ich tatsächlich alles wieder wegwerfe, was ich vorher erstellt habe. So, jetzt habe ich erklärt, wie die Entwicklerarbeit aussieht. Ich habe erklärt, wie so eine Job-Pipeline zumindest aus einer High-Level-Perspektive aussieht. Ich habe aber noch gar nichts über NetApp erzählt. Und zwar ist der NetApp-Anteil da relativ gering. Und zwar ist es nur an einer Stelle, und zwar ist es an der Stelle von dem Template-Klon. Nur da, zumindest in dem Aufbau, ist es jetzt relevant, was wir dort mit NetApp machen können. Und das Besondere jetzt an dieser Plattform oder natürlich auch an dem Kunden ist in dem Fall, dass die Plattformbetreiber nicht zwingend irgendetwas mit Storage zu tun haben oder sogar haben wollen. Sie möchten das nämlich eigentlich nur konsumieren. Sie möchten eigentlich nur sagen, hey, ich brauche jetzt bitte schnellstmöglich eine Kopie oder besser noch ein Klon von solch einem Template. Und wie ich das kriege, ist mir eigentlich egal. Am liebsten ist es mir, wenn ich es mit meinen Mitteln erstellen kann. Und dafür bieten wir die REST-API an, die eben in den OnTap-Systemen mit drin ist. Das heißt, wir sind in der Lage, dass wir dieses Template, was initial von den Kunden erstellt worden ist, on-demand über einen REST-API-Call zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, wir haben also eine Command-Execution über HTTP, das ist sehr nah an dem dran, was generell die Entwickler sowieso machen oder auch in der Cloud machen. Und genauso können sie eben auch mit dem, ja, ich sag's mal so, mit dem klassischen Storage umgehen, sodass sie einfach, ja, in Nullzeit einen Klon bekommen, mit dem sie arbeiten können, ohne dass sie auf eine Kopie warten müssen. Und um das mal so ein bisschen zu demonstrieren, habe ich, ja, eine kleine Demo aufgesetzt und das schauen wir uns jetzt mal an. So sieht ein Jenkins-Dashboard aus, falls es noch nicht bekannt ist. Also, wie gesagt, es ist relativ populär und ich finde, man sieht auch tatsächlich immer noch, dass es schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Also, designtechnisch ließe sich da bestimmt noch was machen, obwohl bestimmt gibt es da auch Plugins. Aber das ist eine relativ aktuelle Jenkins-Version, so wie sie quasi ausgeliefert wird von der Open-Source-Jenkins-Community. Und was wir jetzt hier auf der Startseite sehen, ist, dass ich im Wesentlichen, jetzt habe ich manchmal versteckt, PowerPoint tatsächlich, meine Maus. Genau. Was wir jetzt hier sehen ist, dass ich versucht habe, genau dieselben Schritte, die wir auf der Slide vorher gesehen haben, eins zu eins abzubilden. Das heißt, wir sehen hier Checkout Code from Git, hier sehen wir schon Clone KVM-Template mit REST-API, KVM-Instanzschlaten und so weiter und so fort, bis zum Schluss Destroy KVM-Image. Und dann, man sieht das hier an dem Präfix Fast, das ist die schnelle Geschichte, um dem schon mal ein bisschen vorwegzugreifen, was wir nachher sehen werden. Wir sehen also hier, das KVM-Template wird mit der REST-API geklont und ich habe eigentlich genau dasselbe noch mal folgendermaßen gemacht, dieselben Schritte, dieselben Jobs, so heißt es in der Terminologie von Jenkins, mit dem Unterschied, dass der zweite Schritt tatsächlich ein Kopieren ist. Das ist die Art und Weise, wie, sage ich mal, ohne ein bestimmtes Storage-Hilfsmittel damit umgegangen werden muss, dass man einfach ein Template kopiert, das heißt, in dem Falle nicht die REST-API benutzt, sondern wir mounten einfach das Verzeichnis, wo das Template drin ist und dann wird das Template kopiert an die Stelle, wo man es haben will. Ansonsten ist das genau gleich vom Ablauf her. Jetzt sieht man an dem Schritt nur anhand der Bezifferung, dass es sich um eine Pipeline handeln könnte. Bei Jenkins ist es so, dass man verschiedene unabhängig voneinander arbeitende Jobs erstellt und dann kann ich Abhängigkeiten definieren. Das heißt, ich habe eine Abhängigkeit geschaffen, von Schritt 2 zu Schritt 1, dass Schritt 2 nur dann ausgeführt werden kann, wenn Schritt 1 erfolgreich war. Und das sehen wir, jetzt habe ich falsch geblickt, das sehen wir jetzt zum Beispiel auch in einer Pipeline-View. Das sieht man ganz schön, erst Schritt 1, dann Schritt 2 und so weiter. Okay, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Software, die wir kompilieren können, damit wir auch sehen, dass was passiert. Diese Software, ich wollte jetzt, ich wollte ein bisschen mehr machen, als nur in Hello World. Deswegen habe ich mich mal so umgeguckt, habe mir ein Projekt rausgesucht, was aus der Genevi Alliance kommt. Das ist so ein Zusammenschluss von verschiedenen Firmen. Also die, die man so kennt, sind wahrscheinlich BMW, sieht man auch schön hier, dass BMW mit involviert ist, Daimler ist mit involviert, Porsche ist involviert, aber auch so Firmen wie LG sind mit dabei. Die versuchen, gemeinsame Standards für Autos zu setzen, für Open Source Software, die in Fahrzeugen tatsächlich benutzt wird. Und hier reden wir über den Audio-Manager. Der ist also verantwortlich für das komplette Audio-Management innerhalb eines Autos. Und das Schöne an Genevi ist, dass alles Open Source ist. Das heißt, wenn Sie in BMW fahren, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass dieses Stück Software, was man hier sieht, auch irgendwie in einem Auto verbaut worden ist. Und das ist tatsächlich auch auf GitHub verfügbar. Und um den Schritt noch mal weiterzugehen, das Schöne an GitHub ist, dass ich tatsächlich mir so ein Repository forken kann. Das heißt, jetzt gehört es quasi, das ist unter meiner Kontrolle und jetzt kann ich es quasi lokal benutzen, kann dort Änderungen machen, ohne dass ich jetzt den eigentlichen Source Code in irgendeiner Weise verändern kann. Das darf ich natürlich nicht, weil ich dafür kein Recht habe. Aber mit diesem Source Code kann ich einfach arbeiten und könnte dann tatsächlich auch schlussendlich Änderungen im Genevi-Projekt vorschlagen. Genau. Schauen wir uns einfach mal an, was das bedeutet. Und so sieht dann ein Stück Source Code aus, was ich benutzen kann. Und hier gibt es tatsächlich einen Tippfehler. Ich habe eben schon mal gesagt, dass man Features quasi committen muss, dass die dann tatsächlich ins Repository mit aufgenommen werden. Ein Feature kann auch sein, dass ich tatsächlich einen Tippfehler korrigiere. Und das mache ich jetzt hier. Man kann es schön erkennen, dass meine Versionskontrolle erkannt hat, hey, da hat sich was geändert. Und jetzt möchte ich sie committen. Das heißt, ich schreibe rein, Fix Typo. Ich sage Commit. Ich hoffe, das kann man erkennen auf der anderen Seite. Ein bisschen klein. Und zu guter Letzt pushe ich das noch in mein GitHub Repository. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe von der dunklen Entwicklerseite auf das GitHub Repository und wenn ich jetzt einen Reload mache, sieht man noch, okay, vor 18 Sekunden habe ich ein Fix Typo committed zu meinem Repository. Jetzt muss ich schnell wieder zurückgehen zu meinem Jenkins. Gehe dort zur Übersicht. Denn eventuell, nee, ist noch nicht passiert. Jenkins prüft tatsächlich jetzt in dem Fall einmal pro Minute, ob sich auf dem GitHub Repository irgendwas geändert hat. Netzwerktechnisch war es leider nicht möglich, dass ich quasi aus dem GitHub dem Jenkins sagen konnte, dass er jetzt loslegt. Aber man sieht jetzt hier vielleicht unten links in dem Bereich Build Queue, jetzt habe ich ihn zugeklappt, nee, doch nicht. Wir sind schon in dem ersten Schritt fertig. Das, was passiert ist. Das heißt, wir haben schon angefangen. Jenkins hat erkannt, okay, da ist was passiert. Und wenn wir jetzt hier auch mal auf die Fast Audio Manager Pipeline zurückgehen, sehen wir, dass wir schon an Schritt 3 sind. Das heißt, das Klonen des KVM Templates ist schon fertig. Das heißt, jetzt wird tatsächlich die KVM Instanz gestartet. Das heißt, sie läuft jetzt. Und auch im nächsten Schritt inject Source Code. Der sollte relativ schnell gehen. Und um auch zu beweisen, dass ich keinen Quatsch mache, hier wird tatsächlich Source Code kompiliert. Warte ich, bis die Nummer 5 gestartet ist. Der Compile-Vorgang. So, jetzt kann ich da reinklicken und kann mir den Konsolen-Output anzeigen. Und jetzt sieht man, dass wir hier wirklich C++ haben in der Ansicht kompilieren. Das heißt, man sieht, was man alles auslösen kann durch so einen einfachen Commit und Push auf der Entwicklerseite. Und was im Hintergrund also alles passiert. Das heißt, wir starten virtuelle Maschinen, wir klonen vorher irgendwelche Templates. Dort wird dann kompiliert alles vollautomatisch und ich muss mich eigentlich nicht drum kümmern. So, wenn wir jetzt noch ein bisschen reingucken, wo liegt denn jetzt der Unterschied zwischen der Fast-Pipeline und der Slow-Pipeline? Und wenn man das mal ein bisschen vergleicht, die einzelnen Schritte sind sehr vergleichbar bis auf den zweiten Schritt. Und hier sehen wir, das Cloning braucht inklusive kompletten Kommandos 58 Millisekunden und das Kopieren, was tatsächlich ein Kopieren, einfach ein Copy-Command auf dem NFS-Mount ist, hat 52 Sekunden gedauert. Um das einzuordnen, wir reden hier um über ein 30 Gigabyte großes KVM-Template, was tatsächlich hier kopiert beziehungsweise geklont wird. Ich kann noch mal kurz reingucken, was das Clonen überhaupt bedeutet, wie sowas aussieht. Wie gesagt, das ist die REST-API. Ich benutze hier ganz einfach CURL, um diese REST-API aufzurufen. Und man sieht hier, ich poste mit CURL über HTTPS auf den, in dem Fall ist es ein NetApp-System in unserem Münchner Customer Briefing Center und rufe dort die File-Clone-Variante auf. Was ich hier noch angeben muss, ist, was ist der Source-Path, was ist der Destination-Path und ich muss in dem Fall, weil ich direkt auf der SVM arbeite, beziehungsweise auf dem Volume arbeite, gebe ich auch noch das Volume mit einem entsprechenden UU-ID an, damit ich ganz klar definieren kann, welche Datei möchte ich denn jetzt überhaupt klonen. So, das war jetzt im Grunde in aller Kürze eine Demo aus Jenkins heraus, wo der eigentliche Benefit liegt. Also, wir können hier wirklich sagen, 58 Millisekunden gegenüber 52 Sekunden und das Wichtige dabei ist, die Provider dieser Plattform, man hat es ja gerade gesehen, das war der einzige Kontakt, die sie mit dem Storage-System haben. Mehr ist nicht notwendig. Das heißt, natürlich gibt es da noch einen Betrieb, der die SVMs und so weiter ganz herkömmlich einfach verwaltet. Nichtsdestotrotz kümmert sich oder arbeitet die DevOps-Abteilung direkt mit dem Storage, ohne tatsächlich sehr viel über den Storage wissen zu müssen, wenn man einfach nur über die REST-API genutzt, so wie es in der Cloud eben auch gemacht werden würde. Gehen wir mal kurz zurück auf unser Slide-Deck und schauen wir uns einfach nochmal an, warum machen wir jetzt das Cloning. Ich denke, es wird relativ klar, warum wir Clonen verwenden und nicht kopieren. Ein ganz wichtiger Bestandteil ist natürlich, dass wir, oder dass das eine Voraussetzung der Plattform ist, ist, dass tatsächlich eine frische, neue virtuelle Maschine für jeden Compile-Lauf zur Verfügung stehen muss. Das ist extrem wichtig, nicht aufräumen zu müssen, weil das ist auch etwas, was ich aus meiner Zeit als Entwickler noch kenne. Da hat man mit einer virtuellen Maschine gearbeitet, man hat einen Bildprozess gestartet und danach muss man natürlich aufräumen. Parallelisierung war schwierig, also wenn mehrere Kollegen gleichzeitig auf derselben virtuelle Maschine kompilieren wollen, geht alles nicht so gut. Deswegen starten wir einfach mit einer frischen virtuellen Maschine für jeden Entwickler, so wie er sie braucht. Und wenn wir das noch ein bisschen in Zahlen ausdrücken wollen, ich habe erwähnt, dass wir in der Demo gerade ein 30 Gigabyte KVM-Image haben. In der Live-Umgebung, so wie sie beim Kunden steht, haben wir, ich sage mal im Schnitt, 500 Gigabyte große KVM-Images, die können auch größer werden, manche sind kleiner. Wenn wir mal von einem 500 Gigabyte Image ausgehen und wir rein eine Kopierzeit von 10 Minuten annehmen würden, würde das bedeuten, bei 5000 KVMs pro Tag und das sind Zahlen, die sind jetzt nicht aus der Luft gegriffen, das heißt, man kann schon davon ausgehen, dass mehrere Entwicklerteams mit eventuell mehreren hundert Entwicklern auf dieser Plattform arbeiten, dass wir einfach 5000 virtuelle Maschinen pro Tag starten, was im Umkehrschluss bedeutet, dass wir einfach mal mehr als 800 Stunden Copyzeit einsparen können. natürlich 800 Stunden Kopierzeit, das ist ja nicht die Zeit, die Entwickler tatsächlich warten, aber es ist dann doch eine andere Art, wie man mit Ressourcen umgehen kann, wenn ich das einfach nicht habe und außerdem ist es natürlich auch ja, schon auch für den Entwickler wichtig, so schnell wie möglich eine Rückmeldung zu bekommen, ob seine Software jetzt gebaut werden konnte oder nicht. Also es hat mehrere Vorteile. Schließen wir das Ganze ab noch mit ein paar Zahlen, Facts und Figures. Tatsächlich verwenden wir oder in dem Beispiel haben wir Building-Glocke, die wir einsetzen. Es gibt in jedem Building-Glocke ein Vier-Knoten-A300-Cluster. Ich habe einfach mal so beispielhaft ja, so aus Active IQ die CPU-Utilization von einem Knoten rausgeholt. Man sieht hier schon, dass das Ding viel am Arbeiten ist, das heißt, wir haben schon eine Utilization von 50 Prozent, wenn die Entwickler am Arbeiten sind. Man kann auch tatsächlich schön erkennen, wenn man noch näher reinzoomen würde, wann ist Mittagspause, wann ist Freitagnachmittag, dann geht das schon etwas runter. Man muss auch noch mal nachfragen, warum am Wochenende wirklich viel los ist. Man sieht auch, dass es immer Bursts oder Peak-Performances gibt zu bestimmten Zeiten, aber im Grunde scheint das eine ganz gut ausdimensionierte Maschine zu sein und vor allem auch eine gut ausgelastete Maschine. Ein weiterer Aspekt, den ich nicht unerwähnt lassen möchte, ist natürlich auch die Storage-Efficiency. Die trägt hier natürlich voll, die kommt voll zugute. Klar, ich klone auf diesem System hauptsächlich virtuelle Maschinen. Darum geht es. Wir sehen hier, wir haben eine Storage-Efficiency von fast 21 zu 1. Das ist auch nur, wie soll ich sagen, ein Snapshot in der Zeit. Ich habe auch schon, als ich so ein bisschen rumgestöbert habe, gesehen, dass wir 40 und 50 zu 1 hatten, manchmal auch nur 10 zu 1. Klar, das hängt immer davon ab, wann wir jetzt gerade gucken, weil es ist natürlich ein hochdynamisches System. Wir erstellen Klone on demand und schmeißen die dann nachher auch weg. Zusammenfassend vielleicht noch einen Blick darauf, warum macht man das denn eigentlich? Und ganz bewusst habe ich hier reingeschrieben, Infrastruktur als Service. Ich habe es bewusst auf Deutsch geschrieben, damit es, wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen nicht so ein abgehobener Term wie IAAS oder IAAS ist, was man wirklich so aus dem Cloud-Umfeld kennt. Hier geht es tatsächlich darum, dass wir diese Infrastruktur den Entwicklern bereitstellen können. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, früher habe ich das, das war meine Zeit vor NetApp, als ich als Softwareentwickler gearbeitet habe, habe ich mir solche Systeme selbst gebaut, weil ich einfach so weit weg war von der IT, die wussten überhaupt nicht, was ich wollte. Ich wusste ungefähr, in welche Richtung ich wollte, habe angefangen, rumzuexperimentieren. Das hat mein Projektleiter nicht so dolle gefunden, weil natürlich auch sehr viel Zeit drauf ging, um diese Infrastruktur einfach aufzubauen, am Leben zu behalten. Schlussendlich ist es ein absoluter Mehrwert, den man einem ganzen Team bringen kann, wenn dieser Service einfach angeboten wird. Auch wenn ich zugeben muss, mir macht das extrem viel Spaß, in diesem DevOps-Umfeld mich rumzutreiben, um da Sachen auszuprobieren, aber man muss ganz klar sagen, dass solche Plattformen auch nicht einfach mal, wie soll ich sagen, installiert werden und dann sind die fertig. In dem Fall ist auch ein vergleichsweise großes Team dahinter, was einfach diese Plattform betreut, am Leben hält, verbessert, ständig weiterentwickelt und das ist natürlich eine ganz wichtige Geschichte. Notwendigkeit einer frischen VM habe ich eben schon erwähnt, entspricht nicht so ganz dem Nachhaltigkeitsgedanken, das Wegschmeißen statt Aufräumen, aber das ist einfach so, dass man natürlich aufgrund der Technologie das sehr, sehr einfach lösen kann, dass man sich eben nicht mehr um das Aufräumen kümmern muss, sondern einfach Destroy und das Nächste geht los. Und der letzte Punkt, Skalierbarkeit, Skalierbarkeit in mehrerer Hinsicht ist in dem Fall ganz, ganz wichtig. Skalierbarkeit dahingehend, dass man natürlich so eine Plattform skalieren kann, das kann man gerade über die REST-API wunderbar machen, dass man wirklich sehr schön schwenken kann, wo auf welchem Knoten ist noch Platz, sodass man da einfach ein Template quasi klont. Überhaupt die ganze Plattform, wie sie aufgebaut wird, halt auch mithilfe von Jenkins, wo es unglaubliche Sprünge gab in den letzten Jahren, wie man auch Jenkins skalieren kann, weil man kann sich vorstellen, ob irgendwann ist Jenkins am Ende der Automatisierung, wenn einfach zu viel Last drauf ist, aber auch Skalierbarkeit hinsichtlich der Möglichkeiten, die man Entwicklern bietet, dass sie einfach sagen können, hey, ich brauche jetzt einfach jetzt eine virtuelle Maschine und ich habe jetzt keine Zeit, einen Antrag dafür zu stellen, sondern ich brauche jetzt eine oder jetzt zehn oder eben mehr. Was ich auch sagen kann, mir hat das Begleiten dieses Projekts sehr viel Spaß gemacht oder mir macht es noch sehr viel Spaß, wir sind auch im ständigen Kontakt, sodass wir auch gemeinsam mit unseren Architekten versuchen, diese Plattform ja noch besser zu machen. Das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen, weil es natürlich auch ja vielleicht auch für das Publikum, was jetzt gerade zuhört, in gewisser Maßen vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, dass wir auch NetApp mal von der anderen Seite sehen, also auch von der Entwicklerseite kommend sehen, nicht nur aus dem Infrastrukturbereich, allein aus dem Grund war das schon eine sehr spannende Angelegenheit. Genau. Und mit dem kann ich sagen, bedanke ich mich schon mal für das Interesse. Ich hoffe, es hat mir so Spaß gemacht und dann schauen wir mal, ob es ein paar Fragen gibt. Olle, hast du was für mich? Jan, erst mal vielen Dank. Klasse Session und ich finde es immer wieder faszinierend, diese Darstellung, die du da bringst. Ich meine, du redest über ein Feature, das wir schon seit Ewigkeiten im Portfolio haben, FlexClones, aber den Mehrwert, den es dann an einem Entwicklerteam, an einem DevOps-Team bringt, 800 Stunden am Tag warten, Kopierzeit sparen, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen und das ist einfach sensationell, das mal von der Seite zu sehen und wie gesagt, deshalb nochmal vielen Dank an dich. Können. Fragen? Ja, du, ich glaube, du hast das alles voll unbedingt erklärt oder wir haben ein sehr schüchternes Publikum. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Es gibt keine Fragen im Chat. Jan Boke, du Sporn, steht gerade im Chat von Klaus. Merci beaucoup. Aber wir haben noch 139 Zuschauer, das heißt, vielleicht kommt ja noch die eine oder andere Frage und dann würde ich sagen, so lange, ein paar Minuten haben wir noch, bevor die Verabschiedungssession dann losgeht, dann können wir noch ein bisschen ein bisschen quatschen werden. Ja, vielleicht, vielleicht kann ich nochmal drauf eingehen, das ist ein bisschen kurz gekommen, dass das File-Cloning-Thema ist, ist wirklich schon eins oder vielleicht erzähle ich da so ein bisschen aus dem Nähkästchen, bevor ich bei NetApp angefangen habe, das war 2018, habe ich tatsächlich im Softwareumfeld gearbeitet, vorher war ich selbst Softwareentwickler und so blöd es klingt, das merkt man auch gar nicht. Nee? Okay. Aber man, man, als Softwareentwickler hat man in der Regel, zumindest war das meine Erfahrung, nicht allzu viel zu tun gehabt mit Infrastrukturthemen. Man war, man war doch sehr stark von der, von der IT-Seite, vom Operating getrennt und dass es solche Features gibt, wie Cloning oder, oder Snapshots, ähm, das ist tatsächlich, ja, gar nicht im Bewusstsein gewesen, das heißt, man, man will da eigentlich gar niemanden vom Operating belästigen, man ist froh, wenn man so einen NFS-Share bekommt, mit dem man dann rumspielen kann, naja, und was macht man dann? Man verwendet CP und sagt eben von File 1 zu File 2 und, äh, geht halt auch, dauert halt länger. Und dann geht man erst mal einen Kaffee trinken. Ja, das ist in der Tat so, geht man erst mal einen Kaffee trinken, ist ja auch nicht schlecht, also machen ja auch vielleicht manche absichtlich, ähm, aber, ähm, es ist natürlich schon irgendwann ab einem gewissen Punkt auch, auch super nervig, ähm, ja, lange, lange zu warten oder erst recht, wenn man sieht, dass es anders geht, ja, also das ist natürlich auch eine große Mission von uns, dass wir einfach, ähm, ja, so ein bisschen raus aus der klassischen Infrastruktur rausbrechen wollen, und einfach zeigen können, was, was geht denn noch, was kann man also machen, ähm, das geht dann natürlich auch gerade in Richtung, ähm, Container-Technologie, wir haben zwar heute sehr viel über KVM gesprochen, KVM, ist in dem Fall gesetzt, weil wir über Windows sprechen, hier geht es tatsächlich um Windows-Software, ähm, primär, ähm, da ist zum Beispiel Container einfach, einfach nicht so gut, nicht so gut geeignet, ähm, geht zwar auch, aber ist nicht so dolle, ähm, und deswegen ist es gerade für diesen KVM-Use-Case wahnsinnig wichtig, dass wir da mit File-Clones arbeiten, aber in diese Richtung gehen wir natürlich auch, ähm, in das Container-Umfeld, ähm, wo wir einfach anhand unserer, ich sag's einfach mal, klassischen Technologie, die es schon seit Jahrzehnten gibt, einfach einen gewissen Mehrwert schaffen können, auch für, für den neuen heißen Scheiß, ja, also wenn man eben auch über Kubernetes nachdenkt, ähm, ähm, ja, da kann man sich schon mal ein paar Gedanken machen, wie man da, ähm, ja, Daten persistiert, vielleicht Snapshots macht, ähm, oder vielleicht eine komplette Applikation-Backup, ähm, da, da gibt's Möglichkeiten, die wir bei NetApp haben, ähm, und eigentlich mit, mit klassischer Technologie, ähm, wir stülpen vielleicht ein anderes Frontend drüber, wie, wie auch die Rest-API, ja, eigentlich nichts anderes ist, als ein, als ein Frontend, vielleicht für den einen oder anderen ein kryptisches Frontend, aber auch das ist ja nur, sozusagen ein Weg mit der Maschine zu kommunizieren, und da gibt's für, in dem Fall jetzt für Kubernetes, ähm, noch extrem viel mehr, ähm, ja, also in dem Weg, oder in dem Feld bewegen wir uns sehr gerne, ähm, gerade, wie ich eben gesagt hab, hinsichtlich der, ja, wie soll ich sagen, Erziehung, hört sich so ein bisschen blöd an, aber, ähm, dem Vermitteln von, von Standardsachen, für viele, die jetzt gerade zuhören, Standardsachen, dass das ein extremer Mehrwert sein kann, eben auch im Developer, oder DevOps-Umfeld. Wird das lange genug gequatscht, für eine Frage, oder? Ich glaube, es sind noch 130 Leute da, da sind wir alle gespannt zu, nur Fragen sind tatsächlich immer noch nicht da, nee, nicht klar, weil du es einfach so gut erklärst. Ja, mehr hab ich aber jetzt auch nicht. Dann ist es ein guter Zeitpunkt, nochmal auf die, auf die Closing General Session hinzuweisen, die jetzt gleich um 14.30 Uhr startet, unbedingt reingehen, das wird richtig gut, und dann sind wir schon wieder am Ende von unserem Technologie-Forum so langsam angekommen. Aber wie gesagt, die Closing Session gibt es noch. Vielen Dank, Kanal. Tschüss. Vielen Dank und wir sehen uns gleich in der Closing Session. Tschüss. Ich sag euch, alles muss man selber machen lassen Do it yourself, es ist auch Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Noch mal. Tschüss. Nacht Nacht.